So, willkommen zu einer weiteren Runde CSGO. Ich spiele mal nach einer längeren Pause. Mal wieder eine Runde CSGO auf dem Killer-Stiebchen-Server. Mal schauen, wie das so abgehen wird. Mal schauen, wie ich spielen werde. Ähm, ja, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ist jetzt schon, ähm, bestimmt einen Monat her, dass ich mir wirklich wieder aktiv gespielt habe. Oh ja, ich schaue mal wieder rein. Mal gucken, was sich so geändert hat, ob sich überhaupt das geändert hat, oder ob ich immer noch kein Aim habe. Ja. Ich sage mal, das liegt ja meistens auch darum, dass ich nicht spiele, dass ich, ähm, ja, ich sage mal, Public ist halt nicht so der Hit. Wenn ich Public spiele, ähm, oh, ähm, wenn ich spiele, dann spiele ich eigentlich CS lieber War. Wenn ich Public spiele, dann spiele ich eigentlich eher lieber COD oder Battlefield. Dann muss ich ehrlich sagen, macht mehr Spaß im Public. War ist natürlich was ganz anderes. Da macht, äh, CSGO natürlich richtig riesig Spaß. Aber ja, für War fehlt mir halt einfach, ähm, der Clan, die Leute, die, ähm, spielen. Von daher spiele ich halt relativ wenig. So, die Bombe ist ja irgendwo im Arsch der Welt da. Ich dachte, das wäre die Aufwärmrunde. Aber naja, die müssen wir nicht so. Ach komm. Der hat mich aus dem Fuchs bei unten rausgetaucht, obwohl ich da schon am Runterlaufen mag. Oh. Ist okay. Ich beschwere mich nicht. Komm, kaufen wir uns den Diegel und ab dafür. Na, mach. Mann. Ich scoute ja gerne immer hier, ob jemand vorbeikommt. Und versuche ihn dann auch meistens zu hitten. Was ab und zu auch klappt. Oh, diesmal nicht. Ich glaube, irgendjemand anderes hat ihn gehittet. Ungenüttel. Oh, da sind aber Leute auf dem Balkon. Das sehe ich jetzt erst. Und alle blocken sie mich rechts und links. Block nicht! Na. Komm, weiter. Bin nicht so der Campfetischist. Äh, irgendwie blocken hier alle. Komm, einer nach der Reihe. Lasst euch abschlachten, Leute. Hey, die Models gefallen mir auch überhaupt nicht. Ich bin der Terrorist. Ich bin mit dem komischen Nütze und dem komischen Hemdchen da. Äh, ja, komm. Darf ich auch mal gucken? Nur mal kurz. Ah. Bam. Okay, da geh ich nicht hoch. Okay, ich verpiss mich hier. Da wollte ich mich gerade verpissen. Da kommt der wieder reingewascht. Scheiße. Na. Man muss nur, einer ist noch Tetrospawn und einer kämpft hier oben, mitten in der dunklen Ecke. Oh, Mann. Wie man so campen kann. Und dann so verkackt. Ja, wie er es wusste, der um die Ecke gestammt ist. Verdacht oder Ansage. Oh, der hat er supportet. Er hat den Kill geholt. Oh, ist okay. Immerhin getroffen. In dein Gesicht. Oh, er hat mich auch ganz schön gehittet. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich habe Angst wieder von links weggerusht zu werden, irgendwie ein bisschen. Oh, ich habe ihn geh unmuteet, der hatte jetzt Angst bekommen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, bei der vorzulaufen. Hm. Wow, we hit him. Fenstersprung gewagt hat kommt noch mehr, kommt der hier lang oder kommt der hoch? Oh, der hat Huhn! Das Huhn macht mich nervös. Sieht man mich so um die Ecke? Ich weiß es nicht. Ich bewege mich jetzt einfach mal. Jo, der weiß, dass ich hier bin. Das ist schon wieder dieser raschende Greenpeace-Fetisch ist. So, da geht mein Fernseher ausmachen. Oh, 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 oh. Ja, irgendwie sieht es nicht so gut aus wie unser Team, oder? Oh, da wartet jemand um die Ecke. So, weiß er es jetzt. Guckt da gleich direkt wieder links und läuft um die Ecke. Ah, ich weiß nicht. Wieso läuft er jetzt wieder zurück? Wegen der Bombe vielleicht. Was ist der Typ da? Och, er steht da auch nur dumm rum. Aha. Oh, jetzt hat er ihn doch geholt. Wahrscheinlich ist er rausgelaufen. Ja. Ich muss trotzdem eine Waffe leisten, weil ich ein paar Kills gemacht habe. Ja. Nehmen wir wieder Haus? Ja. Keine Ahnung. Wenn nicht alle rushen, dann habe ich als Terror echt keinen Bock außen zu gehen. Ist auf Public meistens immer ziemlich schnell man tot. Oh, er ist ja weggestorben. Weil, wenn er hochgegangen ist oder weil er runtergekommen ist. Oh, wieder um die Ecke strafen nimmt er mich mit. Verdammt. Tja, in der Mitte ist noch einer von uns. Oh, da ist der schon weg. Äh, schon weg. Wo ist denn der letzte Terror? Wo ist der letzte Terror? Oh, die sind beide im Haus. Ganz hinten wieder an der Base. Ja, komm Leute. Bewegt euch mal ein bisschen. Ist hier nicht auszuhalten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Ne, wir werden hier ein bisschen gefarmt. Das Terror-Team. Soll ich mich mal anstrengen. Neue, Sparwunde. Komm. Laufen irgendwie, wenn der Herd nen Acker aufm Rücken hat. Und hoffen, dass er gleich umfällt. So. Alle links, alle links, alle links. Aber dann schnell. Oh, 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 oh. Oh. Oh, jetzt sterb mal da links neben mir. Wäre nett. Ja, ich lauf jetzt nicht mit meiner Glocke. Glocke vor. Leute, ihr habt na K. Diegel. Und ich muss jetzt hier vor mit meiner Glocke. Ihr seid so nicht, ja nicht. Komm. Komm. Machen wir mal den oder spielen es mit der Glocke. Ist okay. Warum nicht? Der ist ja gut geflogen. Ah, da wollte ich an meine Waffe ran. Der hat die Warten auch mal. Komm, hier. Warten der Affen. Die gammeln wieder im Haus, in der Base fast. Und er kam mit hier im Busch. Oh. Oh, war wirklich gut getroffen oder nicht? Ich wusste gar nicht, dass man oben in den Busch rein kann, naja. Die anderen beiden warten wieder eben. Och. Leute. Hausgammler. Wie man so langsam sein kann, da zwei Minuten drin verbringen kann. Wie man so passiv spielen kann. Oh, ha. Einer hat da mal mitgenommen. Ich höre jetzt auch wieder durchs Haus. Er ist ja vielleicht nicht so passiv wie die ganzen Trotteln hier. Komm. Go, go, Leute. Go, go. Wir haben doch keine Zeit. Mal ein bisschen abwarten, gucken, ob da jemand runtergerasht kommt. Heute kommt sie jetzt mitten bei Mütze hoch. Schießt die hin noch hin. Äh. Irgendwer. Werft mich da gar nicht. Da ist unsere Leute, ja. Ja. Safe. Ja. Geradeaus. Nicht mehr so safe. Hier ist irgendwo was. Aua. Gut, dass ich blind bin. Gut, dass ich blind bin. Wow. 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 Boah. Von hinten. Man. Läuft mir mal die Mitte hoch und entdeckt halt auch keiner von hinten. Oh. Der hat den ganzen EMG dabei. Boah. immer und jetzt nicht nur gestorben woher nichts kaum lauf oder lasst mich da lasst mich da so blocken kann wenn schon leute hinter mir sind dann lauf ich oder ich lasse die leute vor eins von beiden aua aua mann was schießt ihr denn schon wieder hier rum wie die bekloppten du kommst du a ja, schon zieht die Bogen. Boah, wie erwartet ey, dass hier Leute rauskommen. Der Affe! Sooo, dann kannst du bitte noch mal Terror-Team. Oh, ich hab da sogar die Bombe. Hab ich die Bombe? Ich hab die Bombe. Ja, haben wir Eis. Jetzt blockst du wieder hier an der Kante. Okay, da ist irgendwer von uns drin. Da war irgendwer von uns drin. Oh, das war Luck. Wie, mit der Bombe? Alles klar, dann beeile ich mich doch mal. Ich weiß gar nicht, ob mein Voice-Communication ist genau besser. Planten! Ah, komm, lass dich durch. Oh, hier schon mehr. Tja. Oh, da haben wir auch noch einen Support bekommen. Irgendwer ist da umgefallen. Ich hab hier fast mein Freund erschossen. Oh, ich hab die Bombe gelegt. Ich krieg ne MVP. Oh, jetzt hab ich schon wieder die Bombe zugeschossen bekommen. Oh, da hab ich so... ...geiler Team-Player bin. Burn! Burn! Motherfucker! Hm, hm. 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 So ist da irgendwie nicht mehr mitkommen. Ja. Okay, ist es wer dabei. Dann können wir auch irgendwie... Wow. Wie der nicht zerplatzt an der Wand, sondern einfach um die Ecke fliegt. Wo ist das hier? Decoy? Wo ist der Block? Leute! Ihr blockt mich! Unglockbar. Ja. Was machen wir jetzt hier? Ey, ich werd schon wieder geblockt. Hm. Na komm, trau dich. Na komm, trau dich. Ja. Na, ist hier wer? Oh, okay, da ist auch wer. Unlustig. Kommt der jetzt von rechts oder kommt der zuerst? Kein Schimmer. Kein Schimmer. Aber ich bin ziemlich gefickt, wenn sich hier einer raus bewegt. Wow. Ach komm, tschüss. Wie ist dein Schatten gesehen? Ja. Kaufen. Let's go. Und das Haus. Mal gucken, ob hier was geht. Beweg dich nach vorne. Oh, errascht. Ich komm mit. Was? Naaah! Naaahhh! Naaah. Nicht sehr weit geascht. Würd ich mal so sagen. Hm. Hm. Na, 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 na. Ja, ich weiß nicht, dass ich hier ein paar Spannende bin. Naja, ich beende dafür, ich würde immer die Aufnahme, wenn wir mal irgendwas anderes machen gehen. Ja, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, wieder bei CSGO zuzuschauen und ja, wir sehen uns wieder in den nächsten Aufnahmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, Liken, whatever. Wir sehen uns wieder, bis dann.